Wir probieren jetzt gerade mal was ganz Neues aus. Und zwar haben wir bei einem unserer Kunden einen ziemlichen Stau von Aufträgen. Aufgrund der Tatsache, dass immer noch Material zu spät kommt und sich die Aufträge stapeln und wir so echt ein bisschen im Rückstand geraten sind. Versuchen wir jetzt mal mit dem Thema Schwarmintelligenz zu arbeiten, oder besser gesagt mit Schwarmfertigung, und haben einmal die gesamte Halle zur Fertigungsstraße aufgebaut. Das war's. Das war's.